Das nächste Stück trägt den Namen Adele in Concert. Es hat ja die britische Soul- und Bob- und Jazzsängerin Adele geschrieben. In diesem Sinne genießen Sie mit mir eine Aneinanderreihung von drei ganz besonderen Werken zu ihr, die im Stück Adele in Concert vereint werden. Sie sehen nun am Dirigentenport unser Ökkenberg-Meister-Stellvertreter Gabriel Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020